So, ich hab ihm das kurz gecuttet. Was hast du? Ich hab eben kurz nach zwei Stunden gerade eben bei mir gecuttet. Okay. Weil ich find das einfacher, wenn ich das so nach Stunde, nach zwei Stunden cutte, damit ich nicht so diese... Manchmal rendert der und dann macht der diese 15, 15, 15 Minuten, aber den letzten, der haut der einfach nochmal die zwei Stunden hinterher. Den letzten Part. Auch nicht, manchmal hat er da eine Macke drinne. Dann hast du dann so eine Macke wie du. Dann hast du sieben mal 15 Minuten. Und der letzte Part ist dann diese zwei volle Stunden. Okay. Obwohl du es ja richtig eingestellt hast und richtig zugeschnitten hast. Hm. Dann renderst du so. Mit was? AVC. Hm. Ich nehm mal Tobi. Das hab ich damals mit Camtasia gemacht. Mhm. Das ist ja auch nicht schlecht war. Kann ich's gegen sagen. Ist aber halt Camtasia halt schneiden, muss halt können. Ich wundere nicht, muss grad mein Rest Tee. Die Tasse schütten. Saufen. Nein, nicht saufen. Ist ja noch knacken heiß zu viel. Hab ich denn letztens das Zeug dringend gebrannt? Wahnsinn. Neuveling. Welches Zeug überhaupt? Meine Steine. Hab ich die oben hier dringend gebrannt? Ne. Nun hab ich die draußen gebrannt. Aber da sind glaub ich die Öfen nicht mehr. Das hat er schon mal vorbereitet alles. Doch. Genau da sind keine... Mal das zu einig ab wie wir ihn geschmolzen. Äh. Letztens. Geweckt, Zombie. Jetzt stebs eh vorher. Na komm, jetzt haben wir hier. Hammer, ne? Mhm. Excavator den Hammer. Damit ich einfach nur einfaches Werkzeug habe. Na, da hinten hat er den Leber aufgestellt. Ja, irgendwo erstmal hinstellen. Wollt er ja gar nicht da hinten in der Stift gar nicht stechen. Du kannst ja noch abtrennen wieder. Ja. Das sind ja halt schon Räume. Ja. Da wo die Query steht und wo du die Laser hast. Kannst du genau holen. Das hat jeweils einen Raum. Wetwoods zerblink. Na gut, aber kannst du ja nochmal sagen, okay du trennst das ab. Oder machst du das hier mit diesen Garagentoren, ne? Ist ja wie oben. Da ist ja eigentlich dieser Raum, wo die ganze Kabelung ist. Der fällt ja nicht auf, wenn er nicht da ist. Ja. Die Ecke ist jetzt sozusagen einfach da. Wie sieht das Haus ja aus, aber. Mhm. Das gerade Tor war so ein bisschen Maschinen. Da. Na, jetzt hat er ein bisschen Cobblestone bräunen. Das geht. Au. Ja, das ist klar. Ins Loch einfallen. Super. Ich hab irgendwo keiner. Da. Toll, jetzt fehlt mir wieder ein Hopper. Ja. Ein Hopper. Hab ich hier nirgends. Müsst du noch irgendein rumfliegen? Ja. Hier muss auch so viel gemacht werden, ne? Das ist unglaublich. Gehst du um die Ecke des Hauses, siehst du da wieder, das muss gemacht werden. Ja. Hört auch nicht auf. Das ganze Haus ist auch noch nicht so ganz fertig. Hm? Das Haus. Hm? Fehlt ja noch ein bisschen Einrichtung. Lalalalalala. Lalalalalala. So, jetzt hier unten. Am besten noch zwei Trichter. Okay, das ist auf jeden Fall automatisch brennen. Das ist auch geil. Aber nur random anhalt. Oder man sieht. Aber trotzdem nicht random nimm. Sondern hintereinander macht. Was meinst du? Naja, dass er die Tropfen hintereinander gemacht hat. Die eben drauf rumdrücken. Zwei Stack Dwarfs. Hast du schon wieder? Ja. Ich denke relativ schnell. Ja. Das Problem ist jetzt, jetzt ist er unten voll, weil er jetzt kein Birkenwood drin hat, ne? Ist ja voller Kisten. Kannst du einfach rein schmeißen und abwarten bis oben alles voll ist. Muss einfach nur eine Kiste, ein Stack mit einem Stack Birkenwood austauschen, dann geht's auch wieder. Ja, ich hab heute kein Birkenwood. Du, mach dir nix. Du, ich hab jetzt gerade auch einen ganzen Stack Kisten unten rausgenommen. Weil du ja, weil du ja noch hier in diesen beiden Kisten Chacoal drin hast. Kann ich da bis jetzt drin rumarbeiten. Oh, Hundbild. Da, 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 da. So. Zack. Spielts aber auch kein Overwatch mehr, ne? Hm? Overflottsch. Oh, schon lage nicht gut. ein bisschen komisch komische menschen komischen menschen das kann ich mir erst einmal kam tote menschen tote menschen gut bei centus denke ich jeden Tag was für ein toter mensch ist das denn oder was? hast du was falsch gesagt? echt hast du grad das f-wort zu mir gesagt? nö doch würde ich niemals machen nö nein niemals niemals nein nein warum auch? vielleicht ist so ein lieber ein lieber war schon muais äh äh Frage ist machst du auf der anderen Seite von dem Gewächshaus auch noch so einen Durchgang? ja ok so eigentlich alle Richtungen sein der ist so genau auf der Linie hier ne ja kann ich ja hier noch einen Weg graben so halt alle Richtungen sein ne mhm ne dann kann ich schon mal was anfangen oder ja ja hallo 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 was ist denn nö ok tinker und potinke war mhm hast du bestimmt hast du bestimmt ein Hammer oder Excavator gemacht? Lumber Excavator ok ok aber wer hat denn dir das erlaubt? ich ok 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 ah dennoch werden dir das erlaubt? ich aber wieso das denn? was ist denn hier los? was ist denn hier los? macht ja nix was ist denn neuer? mhm kenn ich doch ja nichts wow neue Playlist noch für die ist Grab 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 ich bin so fleißig mit Schaufel Centos sein eigenes Grab die Frage ist die Frage ist das brauche ich nicht Basalt Basalt Koppelstone mhm das ist aber nur für feine Leute Basalt Koppelstone aha mhm Basalt Linkers muss ich auch noch Texte hinzufügen oh oh ja auch schon dann sieht das ein bisschen komisch aus mhm genau also dann nur was heißt denn jetzt? immer noch was Facts? ja ja gehts ja relativ schnell selbst im Sneak ist man auf diesem Stein einfach so arschschnell mhm und ich hab keinen Stein mehr davon naaa Kaka hab da nix mehr von egal nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn spitzhack 1 2 3 alle Centos schuld und wess'n SONST meiner? meine einige nee ach oh was ist ja nur da dran toll toll wieder gemacht hier toll sehr toll hast du das gemacht feiner jung bist du ja man sollte niemals hören was wir sprechen den leute alter klapse oder noch viel mehr außer klapse sagen wir machen wir mal kurz kurz mal halb was willst du jetzt kurz mal halb noch kurz noch halb ok ich denke wir müssen noch viel 2 halb wie viel ist